blitz vulkan blitz ich habe 70 prozent mit dem blitzwiderstand überhaupt damit er ein wilder red bei zweitlich ja du bist jetzt alles alleine schaffen dann ist jetzt okay ich bin noch nicht bereit das ist der plan dass sie guter kopf böser kopf nur starker kopfschwache 3 damit haben wir noch wobei der weg können aber ich habe die bürbe bin immer naja es gibt schaden also von daher möchte auch nicht so gut abschneiden hier war schon gerade menge schaden aber er hat mich gewann startet und zwar verhofft sich zu schieten er hat nur einen angreifst gemacht er hat mich schon wieder wir waren die aber auch übel schaden ich bin ja schon wieder los machen habe ich nicht anders erwartet ich bin noch nicht über die vertreten da wird sich da war mal der date gift schaden da war ein bisschen aufpassen ja ich kann natürlich bleiben ich bin vor ich habe noch zwei trinken wir machen andere leute hat auf level die leute die machen sogar solo also wir sind auch nicht so schlecht mit unserem bild also hat ja kein problem macht man schon wieder so eine aber da ist ja kein problem genau fällt geschehen heimlich jetzt drehe ich auf dich ich tritt auf dich ja auch spuckt auf euch wir werden überhaupt gerade unseren zuhört sich feuer schaden die monster sind ja voll hochgebracht anscheinend ob es sich ich habe den waffen weggetreten er ist aus der reichweite lassen trank jetzt kann er nicht mehr baufen weil aus der reichweite und darum sind auch gegner gewesen auf ihn gehen wir jetzt links auch recht immer ein ich muss auf den anderen ich brauche oh gott da war zu viel gift ich wusste auch mein gift widerstand arbeiten ich habe mich über anstattet mit dem feuer da waren konnten das bei dir ich kann ja nicht mehr an den rangen ich kann es ja nicht angreifen ich war so aber ja gerade auch die volle energie ein angriff kann sie ja wohl von dem überleben ich nicht ich habe eine ganze gifte ja schon dutzende mal darüber geredet auf den leisten sieht hat noch aus hätte ich voller ap aber ich habe irgendwie mein gesamter balken ist irgendwie grün bei mir er geht die ganze zeit runter was die jagen gesagt ich habe reingetreten müssen wir nach hinten nach da unten ist noch einer das im toten kopf auf der karte den namen verpasst ja mit denen verpasst weg da wird doch auch 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 aber auch sagt ja ich habe wie eine höhe menschstoff gut ich bin noch nicht bereit ganz ruhig blitzt denn ganz ruhig kann ich nicht von mir denken sie mal über einen von uns in den schatten tiefen sind überhaupt 119 als grad da eigentlich meine ultimate aus dem weg aus also unseren schild aus 1 2 m 1 1 2 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 7 probieren er ja er macht irgendwie gar nichts also was schon sagen wir machen ich greife so schnell ok ok aber wir wollen feuer das hat es vergessen mal kaputt Ah Aber geht nicht Akons der verzeichen so können wir hat er schon wieder so ein wenig aber ihr sind zu viele leute wir sind es viel zu viele leute gleiche idee ist irgendwie hochkonzentriert die ganze zeit ich bin dort glaube ich die haben die band ja auch steht aber herr ich bin auch gleich weg so kann ich das schild ding über die auftaucht er hat den genau über die auftaucht habe ich dann zu dir zurückgehen muss ja pass auf da ist noch ein drugs funken boot ist voll funky drauf der tipp dann schauen wir uns warum so viel ich möchte ich doch mal abpflege meine güte bleibt doch mal es muss mich nur einer streifen da 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 haben wir auch ein stück ich habe keine tränke jetzt gehe ich die ganze zeit jetzt gehe ich die ganze zeit stärker amulette würde mich war auf den armen nehmen konnte ich nur noch stark haben verletze meins wir gehen wir jetzt die ganze zeit amulette stärkere jetzt habe ich schon ein verbund ja ich muss man muss da was wir hatte ich komme da hin das ist eine falle gewesen ich bin nicht beim verbund war ja ich hab da oben mich geklopft mit einigen leuten aber aber geht mir aus dem weg wollte sie gar nicht aktiviert da oben schon mal der staat war irgendwie dran da ist schon wieder so ein feuer typ ist klar nur hau gott war ziemlich ich bin doch gleich über dich auch da ist so bei mir gerade gott da ist ein feuer typ ist klar da denkt doch da bei dir auch oder nicht war auch so weg doch keine dinge vielleicht übrig ich kann ja nicht so raus ja hat der feuer typ ist weg aber aber ich kann mich auch wieder blieben wenn feuer typ natürlich erlebe ich ja genau dann sterbe ich natürlich tränke ja natürlich also ich dachte mir dann schon abgeschlossen ja ich bin unter einen doppelten schild so einmal das hochleveln bitte sind dann dagegen und doch okay hat aber noch geschafft irgendwie ich hätte das gesicht okay das ding habe ich gelevelt ich habe einige dungeons hier eingesammelt glaube ich auch was nicht level aber wenn wir ja gleich sie wissen nicht mehr über mit gift ich will nicht meine ganze dinge hier weg packen was haben wir denn hier 65 65 66 ganze ist verräteres überteilung gift verzaubert bohr kommen wir mal weg damit um denn immer nur gift monster gift schaden monster schatten schaden wir stehen blutungen 67 verstärkte elite gegner unterdrücker sind die mit den schilden ja eine widerstandsbrecher monster schatten schaden 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 haben wir ja ausgezeichnet ich habe den falschen aspekt daran gepackt die falsche anzahl an skelette habe ich glaube scheiße deswegen ist die ganze gestorben ja so gestorben aber jetzt habe ich nicht mehr die maxima nur so eine drauf das ist jetzt für die verschwendung aber ein reihe und glied stehen leute wer ist alles anwesend wer macht gerade blau von 1 gelten aber ich habe das und pferde dingen gerade bekommen wo ich habe ich auch seine facke schädel facke jetzt gleich im dunkeln sehen mit meinem pferd ich muss warten ich dachte ja das bmg akule stark aber dieses zeug wohnen sie das nein wohnen sich als 200 punkte schwächer ich bin noch nicht bis dann raus aus der stadt gekommen ja jetzt die karte wer immer der jetzt einige skelette ja ich habe jetzt keine maximale anzahlen magiern mehr ich habe das falsche dinge reingepackt ich hätte das geld mal ja reinkommen soll nicht geld krieger ich habe schon die maximale anzahl von skeletten ich habe so viel gefahrt das glatt hier in gott wenn ich noch ein von den ich bin noch nicht bereit aber nicht im weltbus irgendwo letztens und haben ihn schon mehr verpasst was nicht so einen alten aspekt da drinnen noch reinpacken kann ich ja ich habe ihn ja ich habe ihn neu da rein gemacht habe ich den voll verschwendet er den skilettkrieg ich muss man sagen auch fixen muss denn jetzt überschreiben und das ist jetzt habe ich den einen voll weg geworfen umsonst aber egal ich komme jetzt zu dem dungeon naja wo ist das da kam es griff schatten schaden weniger blutung schaden okay muss ich hier gegen die elite gegner kämpfen mit ihren schildern anscheinend trank irgendein für erfahrungspunkte präzision ich bin so im dunkeln sinken da löchern leute wie geht es hier steht wer will aufs maul du müssen wir machen bringt blutsteine warum sind wir alle betrübt das ist anscheinend nicht hier mit den schilden unterdrücker wenn die mit den schilden die ganze zeit blockierer oder so nicht bereit wenn hat noch keine elite gegner weil sie nicht doch hat sich zu hinterloperiert der kollege ich muss warten und du bist da lang gegangen dass sie wenn jemand auf der straße irgendwie gegenüber läuft von der beide geht nach links ok der geht nach links dann gehe ich auch nach links jetzt geht er nach rechts bevor man sich versieht rammt man diese person vor ins gesicht kann man es bitte unterhalten nachdem wir gegner alle erst mal weg gepustet aber jetzt geht es los der becken stadt aber ich bin immer eine ewigkeit ich bin immer für eine halbe ewigkeit hier betrifft ich bin schon wieder aber zehn sekunden lang er betrifft ich habe mein gift widerstands punkt auf einem bord jetzt habe ich 59 hier sind noch zwei anliegende immer noch gift gehen also ich komme auf 69 wahrscheinlich nicht auf 70 okay das ging ja irgendwie kommt mir nicht zu nah kommen wir so eine eisalte ich habe ich aber immer noch nicht trotzdem noch nicht das maximum meine leute erreicht ich kann auch einen kann ich ein skeletttypen kann ich noch haben ja das bringt nicht dann müsste ich noch ein dreier oder ein zweier irgendwo reinpacken geht in dem spiel gegner jetzt nämlich mal heraus leute ich will gar nicht mehr ich brauche das schild ich muss aber aus er hat mich mit seinem schwer da war nicht mal dann als man zu sagen ich glaube ich habe da nicht an ja aber ich glaube ich halb ja wir haben wir sind eine ewigkeit betäubt von dem nicht wenn wir eher länger betäubt ich weiß es nicht ich bin mal ganz schön lang betäubt mein schönen rucksack hier und hier war es gelehrt sind über dämon gerade erweckt würde mich nicht überraschen weil du dieses licht hier einfach weg genockt ein gott ist er geflogen krone des schreiters vermacht vielleicht ist das ja ein neues sein das schilder ist die letzte dungeon obwohl hat ihr zwei level höher ist ja nicht immer nur so in den ganzen dann schon affixen andere gegner hier schlagen möchte ich nicht mehr ich lebe es wenn es so geht trinken sich aber 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 du feuer schlund ich habe jetzt nicht mehr da kommen die von der anderen seite nein nein er wird gar nicht betreut noch nicht so der boss hier nur bitte er ließ sich nicht treten aber ich bin mal kurz weg hat sich direkt zu mir hin zu abonnieren gefängnis von kardium immer der steinchen auf haben wir beide modische steinchen oder herzen aber so weit sind ich habe gerade sehr schlechtes time ich habe gerade wie heran gesucht er kann irgendwie so an mein charakter so rangezogen auf einmal sind gegner mich auch ich glaube ich habe einige leute hat zu spielen so so ran gesucht genau lustig naja sieht halt nur die hälfte es spielt aber kasoma hatte die gleiche stimme anscheinend wie klang so anders wahrscheinlich war die ganze zeit so ernst geklingen hat verändert immer seine stimme ja ich bin mehr vertraut mit seiner deutschen stimme er wird wie kein kann als da der waffer dann da war gut weil auf einem platz zu worten alle namen mehr das ist auch noch sind sind unter drücker dann haue ich dir ein über ich bin der überdrücker okay tötet die vampir fürsten na klar sehr gute joe karte ja beim pürsten gibt es eigentlich so ein das hat beim pjr 2.000 angriffskurve glaube ich naja schon lange bei steam online ich bin betreut ich will sowas von ton und ich bin auch am leben da ok raus ja da will ich nicht reiß reiß aus dem weg aus dem weg leute naja die hat sich eine über naja städter wenn und dann die ganze da hier mit ganz anstellt hau 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 war ja dann irgendwann die eingesammelt nicht so wohl obwohl gegen chance macht es höher ich war noch voller prb hier veruntergedrückt ich wollte ganz fertig aber auch keine dings ja ich habe keine wut fähigkeiten mehr oder nicht irgendwann ist er gerade ja ja der ruf in die vorhilfe wo ist die denn aber aber und ich will jetzt oh ja dieses nie geht hier für die so wie wie weg aufpassen in seinen stichtet vw ich bin jetzt alle kräbert der macht ja papier fetzen das machen wir müssen zum was ich weiß nicht wo die frau geschrieben hat da oben rechts ist noch irgendwie was der tod liegt in der luft nein das sind nur wir ich wollte wendet ich sehe nichts mehr auf der karte noch nicht aufgedeckt ist ich bin sicher der geht es gut man sagt da immer in diesen einen fetzen er hat das schon tausendmal gefunden haben so das leben in siktario der blutbischof hey gibt der männer nicht immer voll hart jetzt eine leiste da unten runter guter team weit wie sagt er hat mich gekillt wie ist das passiert hat irgendwann auf mich geschossen mein gott hörst du auf mich zu treffen ja ich doch fast kollege das blase ich ja nicht so auf schütte ins gesicht immer noch schnell genug unter da war die blasen gegen kaputt ich bin noch nicht okay hat neben ihr hier ballott hier 67 geschafft jetzt geht immer ein ganz klein wenig höher da jetzt gehe ich natürlich ein amulett mit 25 25 gegenstand zu machen es mich eigentlich offen wir spiel ich habe gehört du brauchst ein paar widerstände hier einfach von allem was macht das spiel überhaupt noch spaß weil wir ganz also still ist deswegen ich weiß nicht ob der hat ich kann ich irgendwie genau feststellen so ist jetzt die ganze zeit schlecht gelaunt war wir jetzt hier die ganze zeit so hohe dungeons irgendwie ich weiß nicht ich weiß auch